Diesen Freitag startet in der Stadtbibliothek in Erlangen die Ausstellung Verboten, Verbrannt, Verfolgt. Die Ausstellung widmet sich dem Thema der Bücherverbrennung in Erlangen, aber nicht nur dort. Ich spreche heute mit einer Miterstellerin der Ausstellung. Welche Orte werden in der Ausstellung denn mit einbezogen? Die Ausstellung bezieht sich maßgeblich auf Bayern. Das heißt, da wir in Erlangen sind, geht es uns natürlich sehr stark um die Region. Aber es werden auch ein paar Orte, die drüber rausgehen über Erlangen und Nürnberg, in der Ausstellung zur Sprache kommen. Dazu ist die Ausstellung ja auch in zwei Teile gegliedert. Welche zwei Teile sind das denn? Wir haben einerseits die Möglichkeit genutzt, vom Haus der Bayerischen Geschichte eine Schulausstellung zu bekommen. Diese Schulausstellung bezieht sich vor allen Dingen auf die allgemeine Situation in Bayern und versucht einen Überblick zu geben, was also im Rahmen der Aktion »Wieder den undeutschen Geist« geschehen ist und was da mit den Bücherverbrennungen auch bezweckt werden sollte. Der zweite Teil ist von uns selber erstellt. Da beziehen wir uns vor allen Dingen auf Erlangen und Nürnberg und wollen da aber dann auch noch weiter drüber rausgehen und zum Beispiel Autorinnen und Autoren vorstellen, die nach der Bücherverbrennung in Vergessenheit geraten sind. Ja, auf den Inhalt der Ausstellung kommen wir dann gleich nochmal zurück. Vielleicht zu Anfang nochmal, welche Fragestellungen liegen denn der Erlanger Ausstellung zugrunde, ganz allgemein? Bei der Erlanger Ausstellung geht es natürlich um die Fragestellung, was passierte denn eigentlich in Erlangen und natürlich auch in Deutschland, weil ohne den Kontext geht es ja nicht. Es geht um die Frage, welche Rolle spielten Studentenschaft, Studentenverbindungen und auch die Erlanger Universität? Und es geht natürlich auch um die Frage, was waren Ursachen und was waren auch Folgen dieser Bücherverbrennung oder Bücherverbrennungen kann man eigentlich sagen, weil es gab nicht nur eine, es gab mehr Bücherverbrennungen um dieses Datum herum. Die von euch erstellte Erlangen betreffende Ausstellung besteht aus zwölf Tafeln. Welche Themenschwerpunkte werden denn da behandelt? Wir beginnen natürlich mit einer Einleitung, das heißt, da geht es natürlich auch darum, welche Fragen wir stellen. Wir beschäftigen uns dann mit den Bücherverbrennungen in Deutschland 1933, die um den Mai drumherum stattgefunden haben im Rahmen der Kampagne gegen Schmutz und Schund, wie sie genannt wurde. Wir haben dann an Themenschwerpunkt Erlanger Studenten, Studentenschaft, das Ganze auch historisch betrachtet, also von der Entwicklung her. Und dann natürlich zentral, was passierte am 12. Mai in Erlangen, was passierte am 10. Mai in Nürnberg. Denn in Nürnberg war die Bücherverbrennung zu dem offiziellen Datum in Erlangen zwei Tage später. Es wird um die Akteure gehen, die da maßgeblich beteiligt waren in Erlangen. Und es wird um Schriftstellerinnen und Schriftsteller gehen. Erich Müsam, zwei Tafeln zu Autorinnen, also wirklich Frauen, die da verfolgt wurden. Und eine Tafel zum Abschluss, die sich damit befasst. Was passierte denn nach 1945? Wurden denn die Schriftstellerinnen wieder rehabilitiert? Oder was ist da eigentlich weiterhin passiert? Ja, die Ausstellung hat ja auch einen Schwerpunkt. Welcher Schwerpunkt ist das? Und was wollt ihr damit herausstellen? Schwerpunkte sind sicherlich die Rolle von Studenten, Studentenschaft und natürlich auch Universität. Es geht uns also darum, sehr konkret anzugucken, gab es denn Leute, die wirklich auch einzeln, individuell Täter waren, Verantwortung eigentlich übernehmen müssen für das, was da passiert ist? Oder gab es eben einfach dieses allgemeine, man hat ja damals das so gemacht, das war halt so, das wurde von oben aufoktroyiert? Was macht denn auch gerade die Universität in Erlangen so besonders in ihrer Rolle? Ja, die Erlanger Universität ist sehr früh schon eigentlich eine, man könnte sagen, braune Universität gewesen. Die Studentenschaft, maßgeblich wie überall zusammengesetzt, natürlich aus vielen, vielen Verbindungsstudenten, hatte bereits 1929 bei den Wahlen zum AStA eine absolute Mehrheit des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes zu verzeichnen. Das heißt, die Studentenschaft konnte sich als erste nationalsozialistische Studentenschaft bezeichnen und hat sich auch dessen gerühmt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch in der Dozentenschaft, Professorenschaft der Universität zu suchen. In Erlangen mussten nach 1933, kann man in Anführungsstrichen sagen, keinerlei Professoren mehr entfernt werden, wie man das damals genannt hat. Es gab keine jüdischen Professoren und Dozenten mehr. Es gab im Grunde auch keine sonst politisch missliebigen Professoren und Dozenten mehr an der Universität. Im Gegenzug, im Gegenteil, gab es in diesem Kampfausschuss wieder einen undeutschen Geist, der ja die Bücherverbrennung organisiert hat. Auch drei Erlanger Dozenten oder Professoren, Weigl, Hornung und Preuss. Und Preuss im Besonderen ist eigentlich ein recht spannender Charakter. Er war mal Rektor der Universität 1923 und hat bereits da völkisches, nationalistisches Gedankengut sehr offensiv nach außen vertreten. Und er war in seiner Rolle in dem Kampfausschuss äußerst aktiv, man könnte geradezu sagen eifrig, im Aussondieren von Büchern, die seiner Meinung nach verbrannt werden müssten. Er machte nicht mal vor der Universitätsbibliothek Halt, obwohl die eigentlich durch einen Ministerialerlass ausgenommen worden war von der Verbrennungsaktion. Ja, das wird sicherlich sehr spannend. Soviel erstmal zum Inhaltlichen der Ausstellung und ein bisschen jetzt zu den Randthemen. Die Organisatorinnen der Ausstellung sind linke bis linksradikale Gruppen. Die Ausstellung findet jetzt allerdings in der Stadtbibliothek in Erlangen statt und zur Veröffnungsveranstaltung hat sich auch der Erlanger OB Balleis angemeldet. Bleibt der kritische Charakter der Ausstellung da erhalten? Ich denke, dass wir die Möglichkeit durchaus haben. Wir haben uns das zum Ziel gesetzt und haben auch nicht vor, inhaltlich von dem abzuweichen, was wir mit der Ausstellung zeigen wollen. Natürlich geht es uns darum, Täterinnen, Täter, vor allen Dingen Täter in diesem Fall, zu benennen. Es geht uns darum, zu zeigen, was es gerade in Erlangen passiert. Erlangen war im Besonderen die Universität eine ziemlich braune Stadt eigentlich. Und genau das werden wir tun. Die Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek, die kennen wir schon. Wir haben schon öfter mit der Stadtbibliothek zusammengearbeitet. Das war eigentlich immer ganz angenehm, sehr prima, eine gute Kooperation. Dass jetzt nun auch der Oberbürgermeister kommt, dass nun auch der Kulturreferent kommt. Sie sind herzlich eingeladen. Aber ich denke, Sie werden an dem Charakter unserer Veranstaltung nicht allzu viel verändern können. Ja, das mangelnde städtische Gedenken war bestimmt auch einer der Anstoßpunkte für eine eigene Ausstellung oder Dokumentation der Ereignisse um den 12. Mai in Erlangen. So eine Dokumentation gab es ja, soweit ich weiß, in dem Rahmen auch noch gar nicht. Was macht oder machte denn die Stadt Erlangen in der Vergangenheit am Tag der Bücherverbrennung? Gibt es da auch nennenswerte Gedenkveranstaltungen der Stadt? Also es gab in den letzten Jahren durchaus das ein oder andere, aber es hat lange gedauert, wie in vielen anderen deutschen Städten auch, bis man sich überhaupt darauf besonnen hat, zum Thema Bücherverbrennung zu diesem Datum Veranstaltungen zu machen. Die ersten Dinge, die passiert sind, gingen wirklich auf eine Initiative zurück von Leuten, die sich zusammengefunden haben, auch mit Gewerkschaften. Das war in den 80er Jahren. Es hat also sehr lange gedauert, bis tatsächlich auch öffentlich von städtischer Seite oder gerade auch von Universitätsseite da dann eigene Veranstaltungen stattgefunden haben. Es war also Ende der 90er, Anfang der 2000er, bis man da überhaupt so weit gekommen ist. Dieses Jahr wird, soweit ich das weiß, keine zentrale Veranstaltung von der Stadt geplant sein oder wird es geben. Insofern ist es offenbar doch recht einzigartig, dass wir jetzt gemeinsam diese Ausstellung konzipiert haben und auch zeigen werden, sie wird auch relativ groß angekündigt werden. Ja, das sieht man auf jeden Fall. Auch auf der Homepage der Erlanger Stadt ist die Ausstellung angekündigt. Und auch im Rathausreport gab es dazu gestern eine Pressemitteilung. Wie schon erwähnt wurde, die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit dreier Erlanger Gruppen erstellt. Vielleicht stellst du die eben nochmal kurz vor. Ja, es handelt sich dabei um drei linke Gruppen, man könnte fast sagen Generationen. Es gibt einerseits eine recht junge Gruppe, sowohl vom Bestehen als vom Alter der Mitglieder her, Rage, ausgeschrieben revolutionäre antifaschistische Gruppe Erlangen. Das ist eine Jugendantifa, die sich natürlich in erster Linie dann auch gegen Nazis und gegen rechte Ideologie engagiert und die aber nicht nur sich auf Nazis dahingehend beziehen, sondern die auch feststellen und es für wichtig befinden, rechtes Gedankengut in der Mitte der Gesellschaft auch zu bekämpfen. Die zweite Gruppe, Banda Sinistra, besteht schon seit mehreren Jahren. Das ist eine Gruppe, die sich als Organisierungsversuch ganz unterschiedlicher Menschen versteht, die für ein Zusammenleben kämpfen wollen, das auf Solidarität, Selbstverwaltung und Freiheit aufgebaut ist. In Erlangen sind sie bekannt durch die Organisation von Kundgebungen, Demonstrationen und Vorträgen, aber sind auch überregional in verschiedenen Zusammenhängen immer mal anzutreffen. Die dritte Gruppe der Vereinserförderung Alternativer Medien, Gruppo Diffuso, ist seit vielen Jahren eine Gruppe, die vor allen Dingen inhaltliche Veranstaltungen macht zu allgemeingesellschaftlichen Themen, zum Beispiel Überwachung und ähnliche Geschichten, aber auch zu historischen Themen. Es gibt immer wieder Veranstaltungen, gab auch schon mehrfach Ausstellungen in den Räumen der Stadtbibliothek. Zuletzt gab es zum Beispiel Ausstellungen zur Bayerischen Retterepublik, zu Wehrmachtsdeserteuren. Das letzte, was organisiert wurde von dieser Gruppe, war die Ausstellung zur Dritten Welt im Zweiten Weltkrieg. Ja, neben der inhaltlichen Thematisierung der Erlanger Rolle bei der Bücherverbrennung 33 beschränkt sich ja eure Thematisierung nicht nur auf die Ausstellung, sondern ihr habt auch ein Rahmenprogramm vorbereitet. Was wird es denn dort zu sehen bzw. zu hören geben? Ja, das Rahmenprogramm ist leider nicht so umfangreich. Wir haben natürlich eine Eröffnung der Ausstellung, das ist ganz klar, ist auch ganz wichtig, wo einfach kurz vorgestellt wird, was haben wir uns dabei gedacht. Die ist am Freitag, den 26. April um 17 Uhr in der Stadtbibliothek. Eine weitere inhaltliche Veranstaltung ist kurz später am 30. April um 20 Uhr im IG Metallsaal in Erlangen. Der Referent Jörg Kronauer wird da einen Vortrag halten zur Rolle der Studentenverbindungen bei der Bücherverbrennung. Bücherverbrennung. Studentenverbindungen waren ja quasi durch ihre Zugehörigkeit oder auch ihre Dominanz in der Studentenschaft ganz maßgeblich beteiligt an den Bücherverbrennungen. Sie waren maßgeblich Träger des nationalistischen Gedankengutes, damals in der Zeit und natürlich auch schon vorher. Und das macht auch nicht halt 1945 mit der Kapitulation Deutschlands. Studentenverbindungen werden wieder zugelassen. Und auch heute gibt es bekanntermaßen Studentenverbindungen, die auch der extremen Rechten angehören, wie zum Beispiel die Deutsche Burschenschaft. Die dritte Veranstaltung im etwas kleineren Rahmen ist eine Filmveranstaltung. Der Film Fahrenheit 451 von 1966 wird gezeigt. Einigen Leuten ist er ein Begriff, für andere ist er ganz neu. In diesem Film geht es um einen totalitären Staat, der für sich erkennt, dass Bücher eine Gefahr sind, dass wer Bücher liest, anfängt selbstständig zu denken und kritisch zu denken. Deswegen werden Bücher verboten, werden Bücher verbrannt, um dieses totalitäre Regime aufrecht zu erhalten. Im Zusammenhang mit der Bücherverbrennung von 1933 betrachtet, ist das natürlich ein, im wahrsten Sinne des Wortes, brandaktuelles Thema. Vielen Dank.